Willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir beginnen diese Folge direkt mit einem Duell der Exotenserie. Deutschland gegen Großbritannien. Anscheinend sollen wir auf jeden Fall für Deutschland antreten mit diesem Porsche Carrera GT. Dann machen wir das doch mal. Ja gut, Rot würde auch noch gehen, aber lieber dann dieses Silber hier. So. Also da haben wir den ersten Marken vor uns genau und jetzt ist er hinter uns. Wenn das jetzt so bleibt wäre das natürlich okay. Und da ist er wieder und da bin ich wieder vorne. Da braucht man sich halt wirklich nur auf einen zu konzentrieren. Wieso sie eigentlich nicht die Wahl lassen für wenn man spielen will das ist mir nicht so ganz klar aber naja ist halt so. Vielleicht haben wir den ersten Marken noch nicht frei gespielt oder so. Keine Ahnung. Aber ich meine Porsche ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht sogar besser. Warum geht es ja gerade was herauszufinden in diesem Duell? Der Fernseher ist leider immer mehr, darum muss ich mein Keeling bewirken. So. 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 So kann das ja nicht gehen. Zum Glück sind es noch 11 Kilometer. Ich habe also noch jede Menge Zeit. Aber ich hatte eigentlich nicht vor dem die ganze Zeit immer wieder hinterher zu fahren. Nach einer Gruppe wäre jetzt auch nicht gerade das Beste sag ich mal. Also das Spaßigste. Finde ich zumindest. So ist ja nicht alles. Diese Serpentinen sind das ja glaube ich. Das könnte man so nennen. Die sehr große. Normalerweise sind die ja ein bisschen enger. Aber das ist halt so schnelle Serpentinen. weil normalerweise auch noch berg runter Gas geben muss ja nicht unbedingt sein aber hier machen wir es halt so das ist eine Schnellabkürzung der andere hat sie leider auch entdeckt einfach so wieder vorbeigezogen was soll denn das ja auch ganz wichtig hierdurch sonst will ich viel zu viel Zeit und vielleicht zu denen noch 3 Kilometer immerhin habe ich Windschatten schon das ist sehr gut und vorbei sehr gut jetzt kommt auch darauf an das wirklich zu halten davon sehe ich schon eine Abkürzung muss ich auf jeden Fall erwischen sonst wird es schlecht so sehr gut verpasst er dir oh scheiße komm 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 nein okay er hat sich verpasst aber durch meinen Crash bin ich jetzt erst mal wieder hinter schade aber gut zum Glück ist es ja auch egal Silber reicht ja auch und ein Duell kann man ja so zu sagen gar nicht verlieren ich habe außer dem Auto man schafft das Auto zu schrotten das geht und wir kriegen eine Belohnung ach das ist sogar wahrscheinlich der erste Martin gegen den wir gerade gefahren sind interessant okay schönes Ding dieser typische kühlergrill und so eben halt das James Bond Mobil so jetzt haben wir auch nur noch das hier das ist ein Hot Pursuit die Polizei hat ihre Kräfte verdoppelt wir wollen mal sehen was das bringt und gucken ich habe gerade gesehen hier den Ford sind wir noch nicht gefahren den Ford GT dann machen wir das nochmal aber genau ich würde ihn gerne in blau weiß nehmen das ist nicht das ist gut dann können sie unsere Waffen erstmal aufladen da sind wir wieder ordentlich ausgestattet das ist gut oh ja der Ford GT der fährt sich natürlich sehr nett der fährt sich wirklich gut der Ford GT ist ja wenn ich mich nicht irre angelehnt an den Ford GT 50 oder so der den Ford gebaut hat um gegen Ferrari beim Rennen von Le Mans zu gewinnen daran ist die Wahl angelehnt oh da sind irgendwo viel Zysten und ja ist auf jeden Fall ein Sinn dass er Sport war ja wenn sie das aggressiv nennen ich finde es fast schon entspannt das erste durch die Abkürzung das erste durch die Abkürzung da sind die Props hinter mir warte mal ok das Nagelband hat mein Kollegen getroffen hey wieso holt mich halt dieser Sonne da also bitte oh 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 war schon wieder noch richtig für die Lücke sonst hätte ich die wohl nicht mehr gesehen und schön Junge vor driften ich sehe eigentlich gar nicht wozu die da ist ehrlich gesagt wahrscheinlich haben wir hier keinen anderen Weg gefunden die Höhe zu überwinden so was mache ich jetzt mal mit dem Polizisten hier kann ich da nicht einfach mal so ein Nagelband rein das macht die schon sehr gut so warte mal warte mal komm oh das bin ich schon vorbei so na hallo hallo ich werfe das ab und der der genau hinter mir ist trifft das nicht oh ja komm 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 oh sehr gut sehr gut sehr gut das klappt gerade noch so ich war nämlich noch halb in der Steuerung während der Cutscene ja da habe ich wieder irgendwen erwischt ich habe wieder einen Kollegen von mir das wird doch gerne mal gekürzt das ist mir erwischen oh verdammt das ist schlecht da habe ich wieder zu selbst mit Wagen geguckt so warte mal ich stehe hier na schatze jawoll ausgeschaltet ich musste ja zwar komplett bremsen um den zu erwischen aber naja ah ah durch diesen Namen das lange ging das kenne ich überhaupt nicht so komm Takedown 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 ja voll ne Takedown war ja bei den anderen Rasern bei den Cops heißt das ja zerstörend so und jetzt mal schön hier durch verdammt dann wäre es ja fast besser gewesen durch die Saftpult zu fahren konnten an das die hinter alle crashen aber egal ich bin zweiter der erste ist auf sonst wo ich versuche gleich mal ein Turbo zu zünden um da mal ranzukommen oh das schöne ist wenn die Cops vor einem fahren dann fahren die nicht in die Abkursion und wenn ich in die Abkursion fahre dann sind die halt erstmal weg weg dann sind die halt einfach ganz klein lassen theoretisch ich bin jetzt sicher auf meiner Spur ich fahre jetzt auch noch hier weiter das sieht ganz gut aus ist ein bisschen holprig hier unten aber ist ein bisschen kürzer alles oh verdammt Hilfe komm her komm her Verfolgung eines blauen Forts ok der andere wäre vielleicht noch besser gewesen wow das erste mal dass ich diese lange Abkürzung finde ich hab die irgendwann schon mal gefunden gehabt also ich kenn die aber das erste mal dass ich die jetzt hier in der G-Master Version finde und tatsächlich der Rechte wäre besser gewesen weil die hätte auch noch viel lang geführt gut zu wissen oh hey hast du was hat keine Nagelbank mehr verdammt so ja 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 entspannt doch mal alle so schön hier durch wir sind auf dem zweiten Platz auf sieben Kilometer ok oha so scheiße da habe ich die Kurven nicht gesehen ich war zu beschäftigt mit den ganzen Autos die uns unterwegs waren aber das ist auch ganz ein bisschen ausfällt weh das so komm nein 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 da wollte ich was was verdammt da wollte ich die niiihihi nicht verlieren bin deswegen voll ins Nagelwand rein. Na gut, ich würde das dann so schneiden, dass ich gleich ungefähr an der Stelle wieder da bin. So, warte, 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 hier ist eine Abkürzung. Oh, verdammt. Ach, ist das, warte, ist das gleich so, was ich suche? Ist das die Dich-Suche? Ja, das sieht sehr gut aus. Das ist die Abkürzung, die ich suche, hier habe ich erstmal ein bisschen Ruhe vor den Kops. Oh, oder auch nicht. Hey, ich stöte Nacht, dankeschön. Ach, scheiße, ich dachte ich hätte mal ein bisschen Ruhe vor euch, aber nöööö. Das können wir nicht mal nur Autofahren, ne? So, und hier darf ich nochmal ganz wichtig jetzt die Rechte abzweifeln nehmen, danke, der Kopf fährt nach links, dadurch habe ich jetzt hier erstmal wieder meine Ruhe, sehr gut, so komm, dann wird das diesmal auch was, weil hier war auch die Stelle ja etwas später, wo ich dann immer behaftet wurde, und jetzt habe ich hier einfach mal ein bisschen mehr Zeit ohne Polizei, dann werde ich das auch mal schaffen. So, und jetzt weiter hier aus, erstes irgendwo ganz weiter vorne, den kann ich ja vielleicht mal einholen, ganz gut, na, sehr gut, da haben wir noch getroffen, hervorragend, ich glaube sogar zwei letztendlich, dann nochmal eine EMT auf den Jungen nach vorne, na, na, ja, sehr gut, ich habe zwar jemanden überholt, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm, so, gut, ich bin noch auf Dirkung, das würde reichen für den Sieg, aber ich muss jetzt nur hier irgendwie durchkommen, ich hatte auf jeden Fall wenige Unfälle bisher, das heißt, ich kann noch ein bisschen was leisten, oh, da war sogar kein Lagerwand, also das wurde noch nicht ausgeworfen, aber, ja, ja, warte, was noch wartest du halt, ne? So, komm, kann ich nicht rammen, ich hoffe, der wirft jetzt mein Lagerwand ab. Na, Moment, hat den, der das jetzt getroffen, den Polizisten? Das Lagerwand für Rundschrauben, oder nicht? Das wäre mal interessant. Ich bin sogar erster, wie cool ist das denn? So. den haben ich jetzt mal kurz was ja siehst du zerstört hatte sie mich auch aber egal ich bin auf dem zweiten platz das ist okay damit kann ich leben noch ein bisschen ziel ich muss jetzt nur noch überleben nein auf gar keinen fall und hier auch gar keinen fall so das hat es ein bisschen gedauert silber erhalten sehr gut mal gucken der wie viel der versuch war es ach interessant das zählte als erster versuch weil ich immer sofort nach dem rennen gesagt habe neu da ist es vielleicht doch so dass man dann die punkte verliert die man gesammelt hat aber gut dann kann ich leben dafür musste nicht immer komplett neu starten auch interessant die folge heißt sogar double jeopardy also die stöcke hier das rennen hat das nicht da heißt glaube ich dieses gesetz in den usa dass man nicht wegen der gleichen straftat zweimal angezeigt werden darf oder vor gericht gestellt werden darf oder so da sind schon einige mörder davon gekommen ja aber es soll halt auch verhindern dass man jemand einfach immer wieder mit gerichtsverfahren traktiert und jetzt schauen wir mal kurz was hier los ist also fahrungstufe erhöht gesetzloser stufe 11 dafür kriegen wir auch einen neuen wagen den königsteck agera den wir in der vorletzten folge noch geliehen bekommen hatten jetzt haben wir ihn selbst und ein stolzer preis von einer million dollar nicht schlecht das klingt interessant zum abschluss also dieses rennen hier zwischen der corvette ford gt und der viper mal gucken was was davon wir fahren dürfen ohja corvette supercharged zr1 fort der rest ist nicht verfügbar den fort hatten wir ja gerade erst und die corvette hatten wir noch gar nicht dann nehme ich die doch auf jeden fall mal und ich hätte die ganz gerne hier in silber auf jeden Fall start linie Ich will die Wi-Fi jetzt nochmal genauer angucken. Also ich weiß nicht was es bei der Wi-Fi noch Unterschiede gibt. Ich helfe mich halt auf jeden Fall an diese Fernsehserie die es mal gab, mit dem Namen Viper, wo es ja genau um so ein Auto ging. Was eben halt so einen coolen Transformationsmodus hatte und jede Menge Waffen und alles möglich ist. Fand ich ganz cool die Serie. Schade, dass die irgendwie nicht so richtig gelaufen ist. Die haben ja auch in jeder Staffel den Hauptdach wieder gewechselt, was halt irgendwie nicht so cool ist. Aber jetzt haben wir halt zur Abwechslung, vielleicht soeben, einfach mal wieder ein ganz entspanntes Rennen mit dem schönen Auto. Und das heißt einfach nur nicht zurückfallen. Aber hä? Wieso werde ich als Erster angezeigt? Die sind doch alle vor mir. Hä? Was ist denn da los? Ah, jetzt stimmt es. Jetzt bin ich letzter. Okay. Sehr merkwürdig. So, na komm. Die Steuerung ist wieder sehr nett für mich. Sehr angenehm. So schiebe ich mich jetzt hier mal so ein bisschen durch. Zwischen den anderen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit hier wird es sein, wirklich unter die ersten drei Plätze zu kommen. Oh, gefährlich gegen Verkehr hier. Aber so kriege ich halt nur einen Nitro. Ja, gehen wir mal mit. Ach ja, so. Vierter Platz. Vierter Platz. Wo sind die denn alle? Ich sehe die gar nicht vor mir. Oh, also irgendwas schon mit der Anzeige nicht. Der wechselt ja ständig durch. Da ist wohl irgendwas kaputt. Nitro ist voll aufgeladen. Aber bringt vielleicht nicht so viel hier bei der Höchstgeschwindigkeit. Oh, das wird irgendwie ganz entspannt so. Ich weiß nicht, wie das jetzt kommt. Oh, da schon das Ziel. Na, hervor waren. Dann grenne ich mir nochmal bis Nitro. Und go. Sehr gut. Gold erhalten. Hervorragend. Das war immer einfach hin zur Abwechslung. Gut. Was kriegen wir? Eine neue Belohnung. Sehr schön. Und zwar. Mercedes-Benz AMG S1165 AMG Max Series. Und das war's wieder für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt bei Folge gerne ein Like. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen. Bis dann. 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 Bis dann.